So meine Lieben, da geht es auch schon wieder weiter bei einer neuen Folge von Hausflipper. Ich habe richtig Bock gerade auf das Spiel, wie man merkt, hier steht auch hier schon der kleine Rex. Hallo Rexi, mein Freund. Nja, du kleiner Schatz. So, gut. Wir müssen dieses Haus hier so ziemlich grundsanieren. Und das machen wir jetzt hier. Jede Menge zu tun. Oh, wirklich viel. Haben wir das jetzt mit so hellem Hals? Ja, können wir ruhig machen. Aber das passt nicht. Das passt nicht. Ah. Gerade hatte ich es. So. Tatatata. So. Okay. Brauchen wir noch. TV. Das ist ein Regal. Freistehende Säule. Lampen. Kaffeetisch. Sofa. 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 Das zweite hier. Dann kann der Hund. Müsste mal rauskommen hier. Komm, 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 gelaufen. Ja, fein bist du. Was ist das? Jetzt musst du da hocken, du. Und zack. So. Gut. Da ist er. Kaffeetisch. Wieso ist er jetzt wieder hier? Weiß es nicht. Okay. So, erstmal den Fernseher. Joa, ist das okay. Achso, wahrscheinlich ist das hier wirklich nur so ein kleiner. Haben wir noch einen anderen Tisch? Nö. Hm. Gucken wir die mal hier. Wand leuchten. Zwei Stück, ne? Ja. Und hier. Deckenleuchte. So müsste gehen. Naja, gut. Lichtschalter. Ach, ich bin im falschen Raum. Lichtschalter. Aber hier. Drei stehende Säule. Die guten Lautsprecher. So, zwei Stück natürlich. Hier sind hier solche kleinen Regalbretter. Ach, da kommen jetzt noch solche kleinen Boxen und sowas hin. Aha. Okay. Ach, das ist hier so ein kleines Heimkino. Alles klar. Oh, ein Heizkörper soll hier auch noch hin eigentlich. Ja gut, der muss dann daneben, ne? Brauchen wir mal Heizung. So. Cool. Heimkino. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ein so ein Regal. Hier sind noch welche. 50 Zentimeter. Hier sind kleine Boxen. 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 Und den Regalen gibt es zwei. Warte. Ähm. Mhm. Mhm. Einen können wir noch. Mit dem Klang. So. Ne? Hier. Boxen. Zwei Stück. Wo sind sie denn? Ach so, das ist zu hoch. Ja, schade. Ähm. Naja, dann. Und halt doch so, auf die Höhe geht's. Auf die Höhe geht's, oder? Auch nicht. So geht's. Wie er Raumklang so ein bisschen vernünftig haben. Dann machen wir den jetzt hier hin, damit ich mir nicht die Birne, damit man sie nicht die Rübe stößt, immer wenn man da dann aufsteht. Naja, gut. Könnte schon ein bisschen Heil bringen. Hier sind noch kleine Boxen. Die knallen wir hier drauf. Das kleine Regal. Dann haben wir richtig schönes Heimkino. So die Fernbedienung noch. Kommt die mitten auf den Tisch. Natürlich. Und so war es hier. Drei Stück von der Sorte. Die sollen wahrscheinlich auf die Fensterbank. Und da setzen wir das auch hin. Einfach so. So, Heimkino fertig, sagst du? Okay, das hier ist dann der S-Bereich. Ne? Exofa, hä? Bodenfliesen. Hm. Das ist nur diese Nische hier. Okay. Das ist nur diese Nische hier. Ich weiß, ich kann das Exofa nicht hier hinstellen. Hm, oder? Ich probiere das jetzt mal kurz. Ich fürchte nicht. Ach so, das passt auch gar nicht. Davon abgesehen. Ach so würde es passen. Okay. Oh, das muss da hin. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Weil es eben nicht dort steht. Aber hier ist die Tür. Bitte, hier ist doch die Tür. Hier ist doch die Tür. Hallo. Hier ist die Küche. Kann auch sein, dass das Sofa als Raumtrenner fungiert. Machen wir es mal so. Nehmen wir wirklich mal diese Kante hier, wenn ich sie finde, hier. So. Die ist natürlich ein bisschen gruselig, finde ich das. Jetzt stehe ich wieder in der Küche. Oh Mann. Hier. Couch-Tisch. So ein bisschen ruhig bei jeder Sofa direkt neben der Tür zu haben jetzt. Ein vertikales Heizungssystem. Das hätte ich gerne hier. So. Korbdeckenlampe. Ein Lichtschalter. Der kommt hier direkt neben die Tür. So hier unseren Wohnbereich offenbar. Korblampe. Hier drüber. Fehlte wieder irgendwie nicht. Okay. Ach doch, wir brauchen zwei Lampen. Zwei Lampen für die kleine Nische. Ist das dein Ernst? Okay. Dann. Hier. Und. Doch, was soll ich denn wieder in der Küche lernen? So, okay. Bin ich in der Küche? Okay. Pampasgras. So, das stellen wir hier auf den Tisch. Da kann sowieso keine Sau sitzen. Bei einer anderen Farbe. Naja. Okay. Werde Licht. So, wunderbar hell. Wenn es da Sandra muss verkauft werden. Das ist das kleine hier, ne? Ja. Und die Lampe. Will ich auch nicht haben. Doch. Ich auch nicht. Doch. Stirb, Deckenlampe. Laminat verlegen. So, und die Fliesen. Oh Gott. Gesundheit. Entschuldigung. Sorry. So. Und hier. Ne? Bin ich gespannt. Ja, so in Ordnung. Ach so. Gerade wo ist mein Sofa? Kacki, zieht das natürlich ein bisschen zu weit eigentlich hier wieder. Muss ein Deut nach vorne. Was jetzt echt mehr als bescheiden geht, weil ich überhaupt nichts sehe. Jetzt ist es noch weiter hinten. Wir machen das von hier aus. Dann sehe ich wenigstens was. So. So, genau. So ist gut. Haben wir hier die Küchen-Nische? Laminat verlegen. Ach so, hier wahrscheinlich noch, ne? Ja, komm. Und hier. Irgendwo noch. Ach so. Das hier. Natürlich, ja. Machen wir so hier. So, 100% abgeschlossen. Dann brauchen wir dringend eine Lampe. So, ich sehe nix. Drei Deckenlampen. Hier vorne eine. Hier hinten eine. Und hier hinten eine. So, Lichtschalter. Für die Küche. Okay. Machen wir hier. Okay, schön. Das sieht schon sehr schön aus, so. Kücheneckschrank. Zwei Stück. Ja. Heizung machen wir hier vorne in den Bereich. Das ist jetzt erst mal egal. Eins. Zwei. Ne? So. Sitzküche. Küche. So. So. Wie breiter sind die? Zwei. So. Verstehe. Behauptete sie. Ungläubig. Unglaubwürdig so hier. Ich glaube, das soll nicht direkt an der Heizung, an dem Weg sein. Gasherde. Zwei Stück. ETF. Okay. Na, dann machen wir die aber auch direkt nebeneinander, ne? Abzugshaugen. Okay, so. Spülbecken brauchen wir noch, natürlich. Ähm. Auch zwei. Hä? So. Machen wir die hier als Fenster. Ruhig beide nebeneinander. Oder? Ja. Der Kühlschrank kommt hier hinten in die Ecke. Wobei man natürlich auch eine von den Spülen da drüben hin machen könnte. Das müsste auch noch passen. Sieht einfach besser aus. Jetzt der eine für den Abwasch. Das wird wahrscheinlich jetzt doch nicht passen. Ne, passt doch nicht. Okay, dann ist es egal. Ich werde jetzt bestimmt nicht den Kühlschrank... wie vor geht auch nicht. Okay. Wir können hier einen hin machen. Dann hat man hier nochmal zusätzliche Stellfläche. Eine Spüle ist für den Abwasch und eine Spüle ist für Gemüse waschen und sowas. Ich weiß wohl nicht, was das für einen Sinn macht, aber es gibt bestimmt irgendeinen versteckten Sinn dahinter. So, ich bin ganz sicher. Ähm, hier. Ach, jetzt hat er den blöden Kühlschrank nicht gedings. Wieso zwei Kühlschränke? Verstehe diesen Menschen nicht. Im Ernst. Hier, das macht überhaupt kein Nichts mehr Sinn. Wann kommt er jetzt da hin? Sag bitte. So, hängende Schränke. Das ist ein Eckschrank. Passt nicht, doch. Ein Meter. Da kommen wir jetzt auch noch Deckenleuchten hin. Warum? Wieso? Ich hab doch die da schon. Die sind hübsch. Naja, dann mach ich die jetzt einfach hier so. Dann ist es hier im Essbereich noch ein bisschen heller. Okay. Alles klar. Gut. Ähm. Dann. Esstisch. Der kann hier so schön stehen, ne? Oder so. Ups. So ist, glaube ich, schöner. Obwohl. Ähm. Nee, so. Ja, das ist so. Ähm. Ja. Sechs Stühle. Ja. 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 Sechs, so. Heizkörper. Ich dann eigentlich gerne hier doch hier hin. So, ja, geht. Wird nicht so wunderbar platziert, aber ist jetzt nicht so schlimm. Tatsächlich die Uhr, da passt da leider nicht, schade. Machen wir die hier so hin. Und so eine Pflanze hier. Kommt auf den Tisch. So, schön. Der Raum ist fertig, die Küche. Das Heimkino ist voll cool. Dann gehen wir mal hier rein. Räumen wir den Müll auf. Ja, mitgemacht. Verschmutzungen. Ah, Wischar. Ich war gerade kurz, wo er sich irritiert. Wo ist denn hier noch Verschmutzung? Ich sehe echt schlecht hier. Ah, okay. Ich muss jetzt auch erstmal hier eine Lampe bauen. Erstmal eine Lampe auffängen, sonst sehe ich hier echt überhaupt nichts in diesem Flur. So, Licht. Bodenfliesen. Ja, machen wir. Na klar. So, hier. Zack. Innentür. So wahrscheinlich, ne? Und drei solche Garderoben, allen jahrens. Das ist okay. Eins. Drei. Drei. So. Das war das. Wir gehen erstmal nach oben. Obwohl. Ne, wir machen erst einen Killer. Komm. Was ist denn das? Achso. Über Müll. Cool. So. Reinige die Verschmutzungen. Gut. Auch das. Also, das war's schon. Hm? Also, das hier muss beides weg, ja? Sagst du. Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Baue die Wände. Achso. Hier so. Achso. Okay. Verstehe. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Wölf. Dreizehn. Okay. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Oh Gott. Achtzehn. Neunzehn. Aha. Aha. So. Und so geht das noch ein bisschen besser sogar, wenn jemand direkt davor steht. Huch, da fehlt ja noch eins. So. 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 Neuer Fertigkeitspunkt, juhu. So, Freimaurer. Drei Winde gleichzeitig bauen. So gut wie das mit dem gleichzeitig bauen geht, weiß ich halt leider nicht, ne. Immer noch nicht. So, hier, 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 das haben wir gleich, so, das haben wir, jetzt halbe Wände, hier jeweils oben drüber, ne, ja, hier ist schon mal richtig. Und hier auch. So. Hier ist fertig. Ja. Nö, wo fehlt jetzt noch was? Ach, hier. Da fehlt noch was. So. Ah. Okay. Okay. Cool. Gut, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt auch erstmal Schluss machen. Ich muss jetzt noch Folgen hochladen und so ein Kram. Und dann freue ich mich echt schon aufs nächste Mal. Voll Spaß gemacht hier gerade diese Grund, diese Grundsanierung, hier liebe ich gerade sehr. Also die ganzen neuen Wände und sowas zu ziehen, macht schon Spaß. Aber damit erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi und bis morgen. Tschüssi und bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.